Ey, mal wieder ein regelmäßiger Block. I'm not gonna lie, I don't have to go on, yeah, give her brave pride. My lady poppin's any, I don't lady poppin' molly, why's she waiting on me? Nee, geht's gut? Also, mich hat's gestern hingehauen beim Fahrradfahren. Das können wir jetzt einblenden. Es wird jetzt eine wilde Line. Ja? Ja. Ja? Ja. Okay. Ah, die Line war übel, geil! Natürlich! Ach komm! Was soll'n der Scheiß? Mann, ey! Mensch, ärgere dich nicht. Also, ich mach... ja... 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 So, wenn du cased, dann krieg ich einen Subway-Cookie von dir. Nö. Oh! Ey, ich hab nicht gecased! Oh! Ist das kalt? Nein. Nicht, okay. Chillige Line, first try. Verf***te Scheiße! Eine Sekunde tief einatmen, vier Sekunden halten und sechs Sekunden ausatmen. Das ist jetzt die Line. Die klappt jetzt. Okay. Junge! So ne Scheiße! Toll! Also, ich war so im Zeitstress, um den Bus zu erwischen. Ich hab nicht mal geschafft, eine Unterhose anzuziehen, weil ich die aus der Wäsche holen musste. Wir waren seit einer Woche hier nicht, deshalb ist unsere Essensauswahl ein bisschen begrenzt. Süßkartoffeln, Ingwer, Zitrone... und Bier! Jetzt mein Geheimrezept. Jetzt gibt's für Max hier was Kleines zum Probieren. Ist alles alkoholfrei. Ein bisschen Reis. Wunderschöner Morgen. Nachdem im Sommer wieder die Running Gags Biermeider kommen wird, müssen wir natürlich das MP Bros Team aufrüsten und deshalb machen wir jetzt ein Wett-Echsen. Reicht das? Ich bin übel motiviert. Die Weitsprung-Weltmeisterschaft. 4,50. Gut. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Ich bin schwappiert.